Neue Woche, neue Ausgabe Dynamite. Wir blicken auf alle Ergebnisse und Ereignisse zurück und bewerten die Show. Hört den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW Dynamite. Donnerstag, 11. April 2024. Ihr hört und seht den Spotfight Wrestling Podcast. Ich bin Tobi und das ist sie, die AEW Dynamite Review, in der aufgedeckt wird, was wirklich war. Um dann, ja um was eigentlich? Über das und mehr wollen wir sprechen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Auf YouTube, Amazon Music, über unsere Website, iTunes, Spotify, wo auch immer. Es ist die Woche nach WrestleMania oder wie AEW auch sagt, die Woche 1 nach dem Interview von CM Punk. An meiner Seite um über die Geschehnisse diese Woche zu sprechen, ist passenderweise Wrestling Promoterin und die erfolgreichste deutsche Wrestlerin, gerade was das internationale Törer angeht. Ich freue mich sehr auf Alpha Female, Jazzy Garbert. Wunderschönen guten Tag. Jo, was geht? Schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen im Podcast. Erstmal, bevor wir uns heute mit viel Schlammschlag befassen, Jazzy, möchte ich heute mit zwei schönen Dingen starten. Ich möchte mit zwei schönen Dingen starten. Aber ist es für uns alle schön oder nur für dich? Also eins auf jeden Fall für alle, das andere vielleicht in erster Linie für mich. Also, wie du es mitgekriegt hast am WrestleMania-Wochenende, es gab ja die große Übergabe. Ich möchte einen großen Applaus, Ladies and Gentlemen. Hier kommt der einzig wahre... Ja, ja. Huck ist wieder da. Huck ist wieder da. Können wir das mal feiern. Das ist doch super. Also, das ist der große Return. Oh, guck mal, das Publikum ist gar nicht aufzuklatschen. Er ist klein geworden. Was los? Ist eingelaufen. Er muss wieder wachsen. Er muss wieder wachsen. Aber er ist wieder da. Er ist wieder an meiner Seite. Ladies and Gentlemen. Ja, danke schön, danke schön, danke schön. Huck ist wieder da. Huck ist wieder da. Es war eine lange Leidenszeit, aber er hat seinen Weg nach Hause gefunden. Da freue ich mich natürlich sehr darüber. Findet das jetzt zum Glück auch sein Ende und ich kann wieder anständig podcasten. Und das andere, Jazzy, und darüber freuen sich wahrscheinlich die Leute mehr, unser Community-Treffen in Berlin am 31. August im Takttheater in Berlin-Kreuzberg. Da gibt es jetzt seit kurzem die Tickets unter spotfight.de slash Berlin. Gerade die VIP-Pakete, das hat mich überrascht, die sind sehr rasant jetzt gerade am Weggehen. Alle Infos, wie gesagt, spotfight.de slash Berlin. Wir freuen uns auf jeden, der vorbeikommt. Und wir können uns auch, Jazzy, auf dich freuen, denn auch du wirst bei diesem Event mit dabei sein. Das heißt, man kann nicht nur das Team vom Spotfight Wrestling Podcast sehen, die Nasen, die da irgendwie seit Jahren rumsitzen, sondern auch wirklich mit dir einen richtig etablierten Wrestling-Star, eine Wrestling-Promoterin. Deswegen, es freut uns sehr, dass du da sein wirst. Ja, ich gehöre auch zum Team-Spotfight. Da muss ich natürlich auch dabei sein. Hallo, natürlich. Ich werde mir das nicht nehmen. Ich habe schon so viel von euren Community-Treffen gehört und ich will da unbedingt dabei sein und euch alle kennenlernen. Also es macht Spaß, mir Feedback von euch holen, ein bisschen Lob holen, aber auch ein bisschen Kritik. Also bitte, ich freue mich sehr darauf. Finde ich sehr schön und freue mich dann, dass wir uns dann auch mal persönlich kennenlernen. Du wirst dann auch mal den Marcel kennenlernen. Das ist der, der besonders viel Angst vor dir hat und sagt, das wird ganz fantastisch dementsprechend. Ja, können wir uns freuen und du wirst dann mit dabei sein. Ich glaube auch, das wird ein tolles Event. Also wenn ihr auch Bock habt, dabei zu sein, spotfight.de slash Berlin. Damit wollen wir gar nicht so viel Zeit verlieren und gehen rein in die Show, rein in AEW Dynamite. Wir sind natürlich heute mehr denn je gespannt auf eure Meinung und wir sind im Charleston Coliseum West Virginia. 3000 Fans waren da. Es geht sofort los mit dem AEW World Title Eliminator Match. Es ist ja in Mode, dass ein Rhodes gerade seine Story finishen muss. Also hat AEW mal eben Dustin Rhodes eine kleine Siegesserie gegeben. Collision, da gab es eine Promo, er will ein World Title Match. Samoa Joe hat geantwortet, äh, hast du nicht verdient, bist auch in den Rankings gar nicht oben. Eliminator Match kannst du haben und dann sehen wir weiter. Und so haben sie sich dann drauf geeinigt. Also ein Eliminator Match sollte es diese Woche geben. Und ja, Samoa Joe kommt raus, aber bevor da irgendwas passiert, schießt Swerve Strickland aus dem Tunnel. Attackiert Joe ein Spear neben der Rampe durch einen Tisch und ja, Joe wird dann Backstage verfrachtet. Swerve wird von Referees auch in eine andere Richtung abtransportiert und der Opener wird abgesagt, Jessie. Opener abgesagt, Match kann nach dieser Attacke nicht mehr stattfinden. Wie hat dir diese kurze Brawl-Sequenz gefallen? Ja, also ich muss sagen, Chance verpasst, würde ich mal sagen. Also guck mal, wir kommen jetzt von einer fetten WrestleMania, die wirklich den Hype ausgelöst hat. Und es sind mehr Interessenten am Wrestling than ever. Also ich habe ja auch gehört von WW, dass sie da irgendwelche Rekorde am Tag danach noch gesprengt haben. Und jetzt denke ich mir, okay, guck mal, du schaltest jetzt als vielleicht neuer, also als neuer Zuschauer bei AEW rein. Dann sagst du, ey komm, ich gebe denen auch mal ne Chance. Und dann siehst du halt sowas. Du siehst Blut, du siehst Tische und ein Outside Brawl. Keine Ahnung, es sieht alles so, also wenn ich Tony gewesen wäre, hätte ich erstmal jemanden, zum Beispiel, wir haben ja dann das nächste Match, Adam Copeland. Habe ich den sofort reingemacht, weil die WWE-Events kennen den ja. Oder warum hat man nicht direkt einen halt gemacht, der, so diese eine Promo von, wie heißt er nochmal, Daniel Bryan. Warum hat man das nicht direkt am Anfang reingemacht, weil das kennen ja die WWE-Fans. Und du willst die ja auch irgendwie rein, oder du willst halt die Fans holen, die vielleicht vorher das andere Produkt gesehen haben. Und jetzt hast du zwar, okay, Samoa Joe hat auch mal bei der WWE kurz gearbeitet, aber ist nicht so bekannt. Aber du siehst jetzt erstmal Blut, was absolut nicht kinderfreundlich ist. Und du denkst dir vielleicht dann als neuer Zuschauer, boah, ist aber schon ein bisschen so komisch so. Also es war eine Chance verpasst, so persönlich, also so sehe ich es persönlich. Okay, also du jetzt auf jeden Fall auf den Star gesetzt, der bei WWE gerade noch präsenter gewesen ist. Samoa Joe hatte eine WWE-Zeit, er war von 2015 bis 2022, immerhin sieben Jahre dann da. Dementsprechend, ich war fein damit. Ich hab mir gedacht, okay, kurzer Brawl, um vielleicht dieses Dustin gegen Joe-Match einfach noch ein bisschen dann aufzuhitzen für später. Das ist ja dann der Main-Event, damit versucht man ja auch, also wer jetzt vielleicht denkt, ja, jetzt redet die Jazzy über WrestleMania. AEW hat das selber sich zuzuschreiben, wenn ein Rhodes ein World Title Eliminator-Match heute kriegt. Dementsprechend, das muss man dann schon sagen, also es ist gewollt gewesen, dieser Vergleich dann jetzt ja an der Stelle auch. Aber man hat erstmal eben auf diese Attacke von SWERF gesetzt. Bei der Story sag ich mir so, die ist eigentlich jetzt schon fertig erzählt für ein Pay-Per-View. Letzte Woche gab es das Contract-Signing und jetzt diese Woche versucht man da so eine Zwischenroute zu wählen mit einem Eliminator, dass dann doch Dustin Rhodes vielleicht noch World Champion wird. Weiß ich nicht, aber ich fand das Opening-Segment erstmal nicht so verkehrt. Hab vielleicht auch geschrieben, ich hab das Blut jetzt tatsächlich nicht gesehen, aber kann sein, dass das unter der Hand irgendwo gewesen ist. Da war so ein kleiner Review. Von letzter Woche meinst du. Genau, genau. Und da hat man halt eindeutig so Blut gesehen. Und ich denke mir halt, es passt zwar zum AEW-Produkt, aber ich weiß nicht, ob das so zum ersten Eindruck direkt so das Geilste ist. Man möchte sich da abgrenzen. Dementsprechend geben wir ihnen das und gucken mal, wie sie dann mit dieser Show weitergemacht haben. Orange Cassidy, der wird am Freitag bei Rampage ein Match haben und über Trent Barretta sprechen. Das sagt uns René Parkett und wir sehen auch Footage von letzter Woche, da gab es ja den Turn von Trent gegen Cassidy. Und Trent hat nach der Show Chris Stedländer etwas ins Ohr geflüstert. Also Mysterious, Mysterious. Müssen wir mal rausfinden, was da hinter steckt. Dann zählen die Kommentatoren. Ja gut, die Show sollte ja jetzt eigentlich gerade mit Samoa Joe gegen Dustin starten. Was machen wir denn jetzt? Senden wir hoch, machen wir irgendwas anderes? Ah okay, gut, jetzt geht es zum Glück weiter. TNT Championship Match, damit haben sie dann angeschlossen. Ja, aber warte, ich will noch kurz sagen, René, die steht ja vor diesem Locker Room und das professionellste Locker Room Sign, glaube ich, oder? Was ist das denn? Bei Orange Cassidy, der darf das, aber Orange Cassidy zeichnet sich immer wirklich die Sachen nur auf so einen kleinen Zettel. Bei dem ist das okay. Aber wie gesagt, ich sehe es aus der Sicht von, ey, du hast hier eine Chance, dass neue Leute reinschauen, weil bei Twitter war einfach durch dieses Punk-Ding, war einfach, da geht irgendwas, da müssen wir reinschauen. Und ich finde Chancen verpasst. Das ist eine valide Sichtweise, das so zu sehen. Der AEW-Zuschauer wird natürlich wissen, der Cassidy, ja, ja. Ja, der AEW-Zuschauer, ja. Aber wir müssen ja auch darauf achten, dass halt neue Zuschauer kommen. Ich meine, guck mal, wir haben 3200 Zuschauer in der Halle. Ist nicht so das Geilste für dieses Produkt. Nee, die wollen mehr. Deswegen buchen sie auch regelmäßig sehr große Arenen. Das ist tatsächlich nicht von der Hand zu weiten. Penta trifft auf Adam Copeland. Und Adam Copeland, der ja letzte Woche stellvertretend für AEW gesagt hat, wir fokussieren uns auf das Positive, wir fokussieren uns auf die Zukunft, wir schauen nicht zurück. Wir haben so viel erreicht mit AEW und AEW sollte stolz auf das sein, was sie geleistet haben. Er war letzte Woche wirklich der Frontmann, der gesagt hat, ey, AEW, hierfür gebe ich mein Herz und für diese Liga stehe ich ein. Und ja, das hat er nochmal betont, hat gesagt, wir bauen hier eine große Dynasty auch. Apropos Dynasty, da trippt Copeland an, an der Seite von Kingston und Mark Briscoe, also Eddie Kingston und Mark Briscoe gegen das House of Black. Ich dachte eigentlich, wir kriegen dort Copeland gegen Malakai. Aber so war es erstmal nicht. Wir gehen rein in dieses Match. Es war, das fand ich ganz spannend, wenn man sich schon mal Matches von Penta wirklich angeguckt hat, dann sind die wirklich auch oft einfach spotfester, aber mit einer tollen Psychologie. Das hier war ein Edge gegen Penta-Match und das ist kein Versprecher im Sinne von, oh, ich habe Copeland als Edge terminiert. Nein, es war wirklich ein WWE-Luchador-Match, fand ich. Das meine ich jetzt aber in dem Fall gar nicht böse, weil es war nicht dieses klassische Spotfest, sondern es war alles ein bisschen gediegender. Das hätte jetzt auch bei Raw irgendwie Ricochet gegen den, ja, etwas Größeren sein können fast schon. Fand ich sehr auffällig, dass quasi Penta sich mehr an den Stil von Copeland angepasst hat. Vor allem in den ersten zwei Dritteln. Cop ist auch der, der die Heat-Phase übernimmt. Da gibt es noch so eine Einblendung zwischendurch. Da ist so, ich weiß gar nicht, was da kurz war, da ist so eine Grafik kurz eingeblendet gewesen mit so acht Schritten. Links so ein großes gelbes Dreieck, verzogenes Rechteck, in der Mitte so ein gelber Pfeil mit grüner Kontur und rechts steht so vor, ey, ich weiß nicht, ob das ein Glitch war, ob das ein Bug war oder ob das zu irgendwas hinführt. Aber dir ist auch aufgefallen, oder? Ja, ich dachte erst so, hä, mein Computer oder so. Ja, ich hab auch gedacht, was ist hier passiert. Aber gut, AEW hat ab und zu mal solche Einblendungen, die aber manchmal auch zu nichts führen. Copeland hat dann gegen Mitte, Ende des Matches aber so langsam, aber sicher seinen inneren Lucha-Door gefunden. Und hat dann auch selber die ein oder andere Aktion ausgepackt, was ich eigentlich ganz spannend fand. Hat er hier und da eine Hetze ausgepackt. Auch Penta wurde dann, ne, ist ein bisschen mehr aufs Gaspedal gegangen, der divet da nach draußen mit großen Sprüngen. Und insgesamt finde ich, wie Copeland diesen Stil mitgegangen ist, respektabel. Der ist ja, ne, darf man nicht vergessen, der ist 50. Also das muss man da erstmal mitmachen. Und dann haben wir links oben zwischendurch noch gesehen, Young Bucks Countdown. In 20 Minuten ist es soweit. Bleibt dran! Während Penta mit einer großen Cent nach draußen fliegt. Das Match geht durch noch eine weitere Werbung, also zwei Werbungen insgesamt. Und dann Copeland plättet Penta mit einem großen Facebuster-Sharpshooter von Copeland angesetzt. Modifizierte Version, weil er, ich glaube, so ein bisschen aus der Puste war, oder? Der ist beim Sharpshooter dann so in die Knie gegangen. Kannst du vielleicht kurz erklären, so ein Sharpshooter ist ja relativ anstrengend sogar, wenn man den auch als Ausführender steht. Vor allem, wenn man den langstehen muss, oder? Naja, weil du setzt dich ja nicht wirklich auf deinen Gegner drauf, weil sonst hat der ja übelste Rückenschmerzen. Also es ist auf jeden Fall, du musst dir so eine Squat-Bewegung vorstellen, so gegen die Wand oder so. Und wenn du da ein paar Minuten drin bist, ja, kann schon. Und das raubt dir auch deine Luft. Macht das mal, macht das mal zu Hause vielleicht. Einfach mal ein bisschen Sport jetzt hier, fuck, du auch reinzubringen. Wenn ihr das gerade hört, macht mal so eine Squat-Bewegung, setzt euch mal so mit dem Rücken an die Wand, aber nicht mit dem Arsch auf den Boden. Und dann werdet ihr merken, und der Copeland hatte da schon 15 Minuten Match in den Knochen. Das war heute ein langes Match, ja. Wirklich, Crossface von Copeland auf dem Apron, dann der Package-Piledriver-Ansatz. Cope kontert mit einem Powerslam. Match ging dann richtig in die Länge, Spear kommt, aber Alex Abrahantes steht im Weg und schluckt diesen Spear stattdessen. Im Ring eine dicke Sunset-Bomb vom Top-Rope von Penta. Eins, zwei, Kick-Out. Penta kam nah an den Sieg ran, zerlegt den Arm von Copeland, aber auch nur zum Niervoll. Die Crowd steht dann, Penta geht zum Springboard. Cope nimmt Anlauf, Spear. Ja, richtig schönes Finish. Crowd eskaliert eins, zwei, drei und damit war das Match vorbei nach 20 Minuten und 41 Sekunden. Also das war richtig, richtig lang. Wie hat dir der Opener insgesamt gefallen? Ich habe ihn geliebt und die Leute haben auch This is Awesome Chance gehabt. Also doch, war ein schönes Match und wirklich schöne Ausgeführte von draußen und drinnen. Also richtig, hat mir richtig nice gefallen auf jeden Fall. War eine gute Chemie auch drin, finde ich, zwischen Cope und Penta, wie gesagt. Es ist aber auch, glaube ich, verständlich, in einem gewissen Alter kann ein Wrestler nicht mehr jeden Stil mitgehen. Und dass Cope mit 50 nicht mehr diesen Stil von Penta mitgeht, ist dann, glaube ich, auch anständig gewesen, so als Entscheidung. Ja, das ist eigentlich sowieso überrascht, dass er so ein langes Match gemacht hat. Also der muss ja uns nichts mehr beweisen. Also keine Ahnung, warum der Arme so lange ran musste. Finish fand ich, wie gesagt, auch sehr stark dementsprechend. Ja, haben wir das Match noch sehr gut beendet. Nach dem Match geht das Licht aus und auch wieder an. Julia Hart und Brody King stehen im Ring. Doch es ertönt die Musik von Willow Nightingale, unser Top-Baby-Face. Sie macht den Safe, attackiert Julia Hart. Die beiden treffen bei Dynasty aufeinander. Willow und Brody, ja, dann im Stairdown tatsächlich. Also Mann und Frau wirklich im Stairdown. Holla, Copeland nutzt das, um zurückzukommen. Brody wirft da aus dem Ring. Und Willow und Copeland gehen over, stehen im Ring. Solider Post-Match-Angle, fand ich. Das baut das TBS-Championship-Match auf, das baut das Trios-Match auf. Und wir bekommen dann nachher die Info, dass nächste Woche ein Mixed-Tag-Team-Match stattfinden wird. Also Willow und Adam Copeland gegen Brody und Julia Hart. Für das, was es sein sollte, fand ich das in Ordnung. Aber hast du den Mist gesehen, der in ihr Gesicht irgendwie ist so untergegangen, gell? Ja, schwarze Schlotzer. Der habe ich auch nicht gesehen, ja. Aber nicht gesehen, gell? Ich dachte dann so, ah, spule ich nochmal zurück. Ich so, ah nee, keine Zeit, ich muss schnell machen. Aber ja, auf einmal war sie so schwarz im Gesicht. Und dann hat der Kommentator noch gesagt, ja, aber ist irgendwie untergegangen. Also das hätte man ein bisschen schöner machen können. Genau, man hat nur das Endergebnis gesehen, dass sie quasi so schwarze Schlotze im Gesicht hat. Aber wann das genau passiert ist, war schwierig. Dementsprechend, ja. Dann, apropos, wo ich gerade Trios-Match gesagt habe. Lion Hook, die haben nun Katsuyori Shibata an ihrer Seite. Hook mag den. Und Jericho erklärt, Hook, du hast Shibata selbst vorgeschlagen für die Gruppe. Er hat gesagt, komm in die Gruppe. Hook und Shibata werden von den nähernden Früchten des Learning Trees von Chris Jericho profitieren. Dann machen sie so eine Taktikbesprechung. Das fand ich eigentlich ganz nett. So wie Jericho sagt, ja, Hook, du gehst dann auf den Shane Taylor und machst den kaputt. Und Shibata, du gehst auf Lee Moriarty. Und wenn ihr die gesegnete Luft von Chris Jericho atmet, dann kann nichts mehr schief gehen. Bad. Und dann alle so, Bad. Und Shibata wieder mit seinem Google-Übersetzer-Gimmick. Teilt Renee Parkett dann auch mit, dass sie ihre Kette mag. War ganz witzig. Jessie, ich mag deine Kette übrigens auch sehr. Oh ja, also nachher macht es Sinn, okay? Also nicht denken, sie ist verrückt geworden, sondern nachher macht es Sinn. Sie ist abgehoben, der Podcast-Famous ist ins Kopf gestiegen. Genau. Nein, aber ansonsten... Ich komme mit hier so Alpha-Female-Ohrringe und dann hier Spotfight-Ohrringe, okay? Wow. Wie fandst du Hook in dem Segment von der schauspielerischen Leistung? Das würde mich noch interessieren. Wie wunderschön. So ein toller junger Mann. Was soll ich dir sagen? Ja, Derek hat ja das Talking übernommen, ne, dementsprechend. Aber er hat gescheint. Ja, guck mal. Das sind die Sätze, die mir heute guttun werden. Danach gehen wir weiter. Die Young Bucks treffen bei Dynasty auf FTA 2020. Gab es ein Match bei Full Gear, 7. November. Da gewannen die Young Bucks. Dynamite, 6. April 2022, gewinnt FTA All-In. London, 27. August 2023, FTA gewinnt. Das steht da so 2-1. Teil 4 dann bei Dynasty. Vorher zeigen die Young Bucks nun aber never-before-seen Backstage-Footage von AEW All-In in London. Ich war übrigens da. Also ich war quasi ... Und du warst nicht Backstage, was ist los? Du warst doch bestimmt auch in der Ecke irgendwo und hast zugeguckt. Ich habe, also es haben tatsächlich sehr viele Leute, die wir heute rausgefunden haben, zugeguckt. Aber ich war keiner der Menschen, die in den Genuss dieses Fights gekommen sind, wenn man das genutzt hat. Dein Kumpel hat zugeguckt, der mich die ganze Zeit so anguckt. Nee, nee, geh mal auf die andere Seite wieder. Der guckt mich richtig verliebt an. Aber ich glaube, der guckt die verliebte ... Die Alpha-Filme hier oben guckt der an. Ja, sollen die mal ... Shippen wir die ruhig. Die sollen wir machen, ja. Tatsächlich. Aber ja, der war das Highlight von diesem Video, oder? Oder? Wirklich, der steht wie die ... Der hat sein Gimmick auch Backstage gemacht. Der steht daneben, als wäre einem der Kaffee nur umgekippt. Wirklich weglassen. Weißt du, was mein Highlight war? Und irgendwie habe ich noch gar keinen Tweet darüber gesehen. Und wie Chris Hero. Wie Chris Hero dann verteilt mit den Händen und sagt so, oh nein, was hat der getan? Ja, bevor wir dazu kommen, noch ganz schnell ein Backstage-Segment. Marc Brisco, Eddie Kings in einem Interview. Man spielt ja übrigens mit einem neuen Stilmittel. Fand ich heute ganz schlimm. Und zwar macht man jetzt die Interviews und zoopt dann immer so ran und raus und ran und raus, wenn die Leute sprechen. Das fand ich ... Nachher kommt noch ein Segment, wo ich das ganz furchtbar fand. Und das hat man auch hier dann irgendwie gemacht. Ich weiß nicht, wer denn das eingeredet hat. Darf ich auch schon vorher sagen, dass ich das so furchtbar fand, dass heute so viele Segmente gekommen sind. Also wirklich, das war eine Segment-Sendung heute. Aber ja, red weiter. Es war sehr, sehr viel hinter dem Vorhang, kann man wirklich sagen. Copeland kommt dann dazu zum Interview und will sicherstellen, ey, Leute beim Pay-Per-View, ich brauche euch. Stehen wir auf einer Seite, ich brauche eure Hilfe. Und Stokely Hathaway sagt dann, ja, aber wir können da jetzt erst mal Willow Nightingale gegen Adam Copeland TRT Championship festmachen. Das war dann kurz lustig. Aber Copeland hat dann gesagt, nee, Dynamite Willow gegen Willow und ich gegen quasi Julia und Brody, das haben sie dann festgemacht. Und die Trios-Konstellation mit Eddie Kingston und Mark Briscoe, wo übrigens Mark Briscoe und Eddie Kingston bei Ring of Honor den World Title abgenommen hat. Schöner Follow-up für Eddie Kingston seit dem Continental Crown-Turnier übrigens, auch was anderes. Adam Copeland nennt diese Trios-Konstellation die Rated Art Chicken Hawks. Das klingt nach Merchandise, ne? Lassen wir mal so stehen. So, wir gehen jetzt Backstage und hören dort von unseren EVPs. Und die erklären, AEW hat einen großen Pay-Per-View am 21. April. Finale des Tag-Team-Turniers findet da statt. FTA gegen die Young Bucks. Das letzte Mal haben wir bei All-In gerestelt. Da gibt es Wunden, die nicht geheilt sind. Und jetzt ist das perfekte Timing, um nochmal zu betonen, das war die größte Wrestling-Show dieser Company. Unser größtes Match, aber vor diesem Match gab es einen Zwischenfall. Es gab einen Scapegoat. Jack Perry, der kommt aus South Carolina, der erinnert uns an uns selbst. Und es hat mal jemand gesagt, wer sich mit dem Jungle Boy verscherzt, der ist wahrscheinlich selber das Problem. Klammer auf, das ist ein Zitat von CM Punk. Klammer zu. Fand ich einen ganz netten Jab. Und dann gibt es diese andere Person. Die hat nur gewollt, dass sich alles um sie dreht. Diese Person ist befreundet mit FTR. Und vielleicht sind FTR die Drahtzieher hinter diesem Backstage-Incident. Können wir das sagen? Nein, wir können ja nicht einfach jemandem im TV, ein anderes Individuum oder so. Das können wir gar nicht grotesk kritisieren. Das macht man doch nicht. Das ist doch unprofessionell. Nun, aber das Follow-up von diesem Zwischenfall. Wir wurden aus der Bahn geworfen. Der Locker-Room war zerstritten. Wir mussten unsere EVP-Rolle ausführen. Es gab respektierte Wrestling-Journalisten, die Antworten gebraucht haben. Und dann konnten wir im Match nicht mehr fokussiert sein. Der Zwischenfall selbst ist aber nicht das Schlimmste. Es ist kurz, ja, reden wir gleich noch drüber. Der Zwischenfall wirklich nicht das Schlimmste. Aber wir sagen, es waren die Folgen des Fights. Unsere größte Show als Company jemals wurde bedroht. In dem Moment waren die Young Wags für mich hier komplett kurz die Babyfaces. Ja, weil sie sagen, das war der Moment für All Elite Wrestling. Wir haben diese Marke aufgebaut. Das war unsere Show mit unserem Namen drauf. Mit 80.000 Fans im Wembley. Das war für uns ein emotionaler, großer Moment. Und diese eine Person, man nennt nie den Namen, hat ihn kaputt gemacht. Und deswegen sagen die Young Wags, let's roll the tape. Und wir sind tatsächlich dann Backstage bei AEW All-In. Wir sind legit in den Katakomben des Wembley-Stadions. Wir sind in der Gorilla-Position. Wir sehen Referees. Wir sehen Jack Perry. Hinter ihm steht Samoa Joe. Hook steht auch noch mit daneben und sieht einfach cool aus. Jerry Lynn. Es gibt übrigens keinen Ton. Wichtig, es gibt keinen Ton. Wir wissen nicht, was gesagt wird. Und dann kommt CM Punk dazu. Der geht direkt auf Jack Perry zu. Und die beiden sind in einem sehr nahen, konfrontierenden Einzelgespräch. So möchte ich das mal nennen. Alles legit anderthalb Meter vor den Augen des rechts um die Ecke sitzenden Tony Khan. Und sie reden und sie reden und sie reden. Und wer den Ausschnitt von CM Punk gehört hat bei Ariel Helwani im Interview, der kann sich vielleicht grob vorstellen, was jetzt hier gesagt worden ist. CM Punk, der sagt, bro, warum machst du so ein Internet-Bullshit? Und Jack Perry, dann mach doch irgendwas. Mach doch was dagegen. Und CM Punk so, ja komm, muss das jetzt wirklich sein? Du weißt, ich könnte dir übelst aufs Maul hauen. Keiner macht was. Alle stehen nur drumherum. Und Jack Perry so, ja komm, mach doch, Junge. Und als sich Jack Perry durch die Haare fährt, sehen wir CM Punk mit einem sehr agilen Schubser gegen Jack Perry. Nimmt ihn danach in einen Front-Face-Lock. Dabei haut er mit seinem Allerwertesten ein paar Monitore um. Wir sehen den Zeigefinger von Tony Khan. Menschen gehen dazwischen. Der Brawl wird aufgelöst. CM Punk geht nochmal in Richtung Tony Khan. Das muss dann sehr wahrscheinlich der Moment gewesen sein, in dem er gesagt hat, This place is a joke. You're a fucking clown. I quit. So ja die Zitatlage von CM Punk beschrieben. Hook steht weiter die ganze Zeit daneben so, Jo, Leute, chillt halt einfach mal. Wo ich mir denke, recht hat der Mann. Und ja, Punk brüllt, wie gesagt, was in Richtung Khan. Geht dann, Chris Hero geht dann auch hinterher, nur mit Händen vorm Gesicht. Samoa Joe hat den Jungle Boy zurückgehalten. Und ja, auch Malachi Black streift dann noch so mit einem Kaffee durch die Gegend. Bevor wir jetzt darüber reden. So, es geht dann zurück vor die Kameras, zu den Kommentatoren. Tony Schiavone sitzt rechts am Kommentatorenpult. Guckt euch an, wie dieser Mann da saß. Sein Leben, der hat 40 Jahre im Wrestling-Business gehabt. Sein Leben verläuft vor seinen Augen nochmal und er denkt sich, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Und der sitzt hier, ist komplett am Boden zerstört. Und jetzt runden wir es noch ab. Du merkst, ich möchte erstmal den kompletten inhaltlichen Block machen und dann können wir gleich einmal drüber reden. Übrigens, während des Segments, was ist in der Halle passiert? In der Halle, ja, sehen die Leute das? Und es gibt was? Und das ist, glaube ich, wirklich die schlechtmöglichste Reaktion, die es hätte geben können. Sie haben Puck. Sie haben Puck. Nun, wir waren dann aber kurz zurück bei den Bugs, die sagen, there you have it. Das war nicht mal das Schlimmste von all dem. Die Bugs erklären, das Schlimmste ist, wir füllen das Stadion mit den 80.000 am Ende, haben FTA uns noch einen Handshake angeboten. Denn das war dann die große Story, wie sie jetzt gesagt haben. So münzen wir das Ganze für AEW Dynasty. Die Bugs sagen, ihr wart so frech, ihr wusstet, dass uns euer Freund wieder auf die Palme gebracht hat und Stress gemacht hat und habt uns einen Handshake angeboten. Das ist frech und wir werden euch bei Dynasty besiegen und euch keinen Handshake anbieten. Dann Kommutatoren, dann Tony Schiavone, dann kommt FTA heraus, die direkt reagieren. FTA sagt, warum haben wir das gezeigt? Das ist nur eine Entschuldigung, warum ihr bei All-In verloren habt. Wir wollen da gar nicht mehr drüber reden. Jeder hat doch die Nase voll. Und nach dieser leidenschaftlichen Promo der Bugs, von wegen, das hat unser Herzens-Event zerstört, kommt jetzt wirklich FTA auch irgendwie dann die Bugs jetzt schon wieder klar in die Yield-Ecke schieben und ihrerseits eine komplette Babyface-Promo halten. Und man versucht da offensichtlich irgendwie non-Kfabe und Kfabe komplett zu vermischen. Dex Harwood erklärt, das sind unsere Bosse, die EVPs. Und ja, ohne die Young Bugs würden wir wohl wahrscheinlich immer noch unsere Rücken gegenseitig rasieren. Wegen den Young Bugs haben wir etwas, was aber sie nie runterschlucken können. Wir haben sie als bestes Tag-Team des Planeten überholt. Auf dem Rücken von Joe, Swerf, Garcia, Strickland werden wir diese Liga aufbauen. Für die Zukunft aller Pro-Wrestler werden wir AEW stärken, damit sie eine Wahl haben. Und wir machen es für Menschen, die zur Arbeit gehen, wie ihr hier, wie ihr Fans und die ihr Geld für, ihr hart erarbeitetes Geld für ein Ticket ausgeben. Für euch machen wir das. Es geht jetzt nicht um All-In, nicht um All-Out. Es geht um AEW und die AEW World Tag Team Championship. Und ein Team wird bei Dynasty dreifacher Tag Team Champion. Top Guys Out. Das war dieser sehr große, sehr lange Segment-Blog. Jesse, man hat tatsächlich das Footage von AEW All-In gezeigt als Reaktion auf das Interview von CM Punk. letzte Woche. Du bist Wrestling-Promoterin und hast einen sehr professionellen Approach. Du arbeitest mit TV-Sendern, mit Sponsoren zusammen. Das heißt, du hast eine Erfahrung, eine Reputation. Wenn du das jetzt hier siehst, was passiert ist bei der zweitgrößten Wrestling-Liga der Welt und wir uns jetzt fragen, was hat das bewirkt? Wie hat man es gemacht? Wie kam es an? Und würdest du es genauso machen? Wie fällt dann deine Einschätzung aus? Also sagen wir mal so, ich hasse, dass ich jetzt in der Situation bin, dass ich darüber reden muss, weil man kann nur verlieren. Die ganze Sache ist einfach nur dumm. Also man kann nur verlieren. Und ich finde jetzt nicht, dass es ein Schlag war. Es war ein Schubser. Darf man schubsen? Sollte man nicht. Aber es ist ein anderes. Es ist ja kein normaler, wie sagt man, Alltag. Weißt du, wir sind Wrestler. Und wenn wir mal überlegen, wie es für mich macht. Sieben Mannschaftssport so ein bisschen. Also es ist ja, man kann es vielleicht. Ja, bei Fußball, da wird auch ständig geschubst und so. Und da wird nicht so ein Traum. Leroy Sané hat zum Beispiel auch mal einen Schlag von Sadio Mane bekommen. Das ist immer für die Fußballfans. Wer Eishockey guckt, da gibt es auch regelmäßig Prügeleien tatsächlich. Aber wir wollen das jetzt nicht verharmlosen. Also nicht falsch verstehen. Genau, wir wollen es nicht verharmlosen. Ist es in Ordnung, so es zu machen? Nein, natürlich auf keinen Fall. Nur, ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Ich war auch mal in so einer Situation, wo es fast so weit gekommen wäre. Manchmal, man liebt diesen Sport so sehr. Und ich sehe es ja auch auf meiner Seite. Ich habe sehr viele Gegensprecher. Also keine Ahnung warum, um ehrlich zu sein. Weil ich den Sport so sehr liebe. Und manchmal ist man so krass frustriert, dass die Wörter einfach nicht mehr reichen. Und du willst dann einfach nur sagen, du willst die Person packen und schütteln und sagen, verstehe mich doch endlich. Und ich kann mir vorstellen, dass es halt in dieser Situation eigentlich irgendwie genauso war. Weil warum reagiert man denn so mit Schubsen oder Schlagen oder keine Ahnung? Weil man halt sich nicht anders mehr zu helfen weiß. Das Problem hier ist, man hätte das schon viel, viel früher angehen sollen. Keiner greift ein. Genau, aber der Chef hat doch bestimmt gesehen, dass die Wochen davor auch schon irgendwie was sich aufgebaut hat. Weil sowas passiert ja auch nicht von heute auf morgen. Ich gehe ja nicht einfach um die Ecke und haue jetzt den Tobi. Sondern der nervt mich halt die ganze Zeit mit Hook. Und dann passiert es halt. Weißt du? Und das sehen ja die anderen dann auch. Und wenn man da nicht schon ein Gespräch sucht. Also ich verharmlose das auf jeden Fall nicht. Man soll nicht schubsen und nicht boxen und gar nichts. Man soll versuchen mit seinen Wörtern klar zu kommen. Oder halt dann vielleicht sich Hilfe suchen und sagen, ey, die Person nervt mich so krass. Aber okay, würde das bei mir passieren? Sagen wir mal so, ich hatte auch schon eine Show. Und ich habe gehört, dass dann Backstage ein bisschen, ja, sagen wir mal so, die Gemüter aufgehetzt waren. Man versucht halt dann wirklich, die Person zu trennen und zu gucken, ey, wo ist die Wurzel von diesem Problem? Wenn es einfach zwei absolute Meinungsverschiedenheiten sind, dann ist es halt so. Da muss man halt mit beiden reden und sagen, okay, ihr kommt hier nicht auf den gleichen Nenner. Aber ich versuche, dass ihr irgendwie nicht zusammenarbeiten müsst. Also ich würde jetzt keine Matches oder so gegen die dann machen. Und da muss man halt schauen so, weißt du, bringt man die auseinander oder keine Ahnung. Aber ja. Also es hat überhaupt nichts gebracht, diese Ganze. Es hat das Gegenteil bewirkt. Der Chef ist jetzt der absolute Clown, weil man sieht ja auch, der hat nicht um sein Leben fürchten müssen. Klar, vielleicht war der arme Herr oder was soll man, der gute Herr war noch nie in der Schlägerei oder noch nie in so einer Situation. Deswegen war er wahrscheinlich krass überfordert. Aber so ist es halt beim Wrestling. Wir sind ein bisschen tougher oder generell beim Sport. Man ist da ein bisschen das Testosteron da, weißt du. Und da braucht man nicht um sein Leben sich fürchten. Also da gibt es schlimmere Momente, glaube ich, wo sowas passieren kann. Also. Lass mich so anfangen. Ja. Wir möchten das in keinster Art und Weise rechtfertigen. CM Punk hat sich falsch verhalten. Ja. CM Punk hat Backstage niemanden, gerade als Locker-Room-Leader, anzugehen und zu prügeln. Ja. Das ist sein Fehler. Er hat das Ding aufgemacht. Er hat es physisch werden lassen. Er hat den Fehler begangen. Punkt. FTA und die Bucks haben hier wirklich... Warte. Er hat ja schon seine Konsequenzen gekriegt. Er ist ja schon gefeuert worden. Er wurde gefeuert. Was will man mehr machen? An der Stelle übrigens, warum Jack Perry, wenn ich mir das hier angucke und dann überlege, Jack Perry wurde seitdem nie wieder in den AEW-Shows eingesetzt. Muss ich mir auch überlegen, war das eine gerechtfertigte Strafe für ihn? Man weiß nicht, was er sonst noch so gesagt hat, aber das möchte ich dann auch noch mal hinterfragen. Aber für diese Show jetzt hier, was man gemacht hat. FTA und die Bucks haben wirklich versucht, mit ihren Promos, in meinen Augen, das irgendwie einzurahmen. Und gerade die FTA-Promo, die haben wirklich ihr Herz gegeben. Aber, wie du gerade gesagt hast, hier konnte jeder nur verlieren. Wir haben nachher die Bucks, die vor das Publikum kommen. Die stehen mit Okada im Ring. Die stehen mit Puck im Ring. Und was machen die Fans? Sie haben Puck. Das ist die Definition von einem kolossalen Eigentor. Und zwar auf allen Ebenen. Aber warte, ich frage. Ich meine, da sind doch so viele Entscheidungstreffende Leute. Ich meine, zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, ich bin ja noch eine ganz winzig kleine Liga, aber ich habe mindestens drei Personen, denen ich das vorher erzähle und sage, ey, ich habe das und das geplant. Der Toni wird doch bestimmt auch mindestens zehn Leute haben, denen er das erzählt hat und gesagt hat, ey. Und ich meine, ich weiß ja auch gar nicht, wie auf die Idee gekommen sind. Vielleicht waren es die Young Bucks selber, die gesagt haben, die Bucks wollten tatsächlich, das ist so die Lage. Wir müssen das ehren, wir müssen das ehren. Aber da muss doch einer gesagt haben, nee, keine gute Idee. Das war... Ich meine, ich sage einfach jetzt mal so allgemein, diese Show heute, die war die absolute Katastrophe. Ich habe sie gehasst. Und wenn ich mir überlege, zum Beispiel vor zwei Wochen haben wir ja hier auch ein Review gehabt, das war eine geile Show. Wenn sie diese Show heute gemacht hätten, nach WrestleMania, nach diesen riesigen Interests, weißt du, dann wäre es Gewinn gewesen, weißt du. Aber so war es jetzt echt einfach mies und echt schade. Also es wird natürlich nicht, wie jetzt alle hier auf Twitter schreiben, zum absoluten Ende von AEW kommen. Nein, natürlich nicht. Aber es war keine geile Werbung für sie. Also sie haben die Chance verpasst. Die Entscheidung wurzelt und fußt auf Tony Khan. Er wollte, dass das ausgestrahlt wird. Nicht die Bucks, nicht FTA. Es wollte Tony Khan. Weil er gesagt hat, wir als Liga wurden angegriffen. Und er hat gesagt, das ist die Art und Weise, wie ich mich verteidigen möchte und die Vorwürfe von mir weisen möchte. Ich gehe das jetzt gleich nochmal im Detail durch. Was mich hier dran auch wirklich maßlos aufregt, letzte Woche Adam Copeland, Opening-Promo, zehn Minuten leidenschaftlich, AEW guckt nach vorn, we're the best wrestle, wir schließen ab mit der Vergangenheit. Eine Woche später sieht auch Adam Copeland wie ein ziemlicher Clown aus, denn nein, nachdem wir letzte Woche gesagt haben, wir gucken nur noch nach vorn, gucken wir eine Woche später acht Monate zurück. Herzlichen Glückwunsch. Und dieses Footage, was AEW jetzt draus machen wollte, dafür war das Footage auch einfach zu lächerlich, sind wir doch mal ganz ehrlich. Und da sind wir noch nicht mal beim Satz, ich hab um mein Leben gefürchtet. So, absolut keine zwei Meinungen, Punk ist der Aggressor. Ja, aber im Endeffekt, das nach dem Interview letzte Woche von Punk als die große Antwort zu verkaufen, um ihn bloßzustellen, es gibt noch mehr Leute als vorher, die gerade Punk feiern. Das ist eigentlich wirklich komplettes Gegenteil, was AEW erreicht hat. Seid ehrlich, das war basically auch genau das, was Punk gesagt hat. Da ging keiner zu Boden, da wurde keiner verletzt. Es war ein Schubsen, es war ein Schwitzkasten. Unprofessionell, ja. Lebensbedrohlich, nein. So, und was hat das bewirkt? Das ist jetzt die große Frage. Weil, ich hab heute auf Twitter von mehreren tatsächlich gelesen, die gesagt haben, ja, wie man das nur ins Positive pro Punk drehen kann. Nochmal, es geht nicht darum, zu verharmlosen, da hat sich keiner zu schlagen. Und wenn das gemacht wird, hat jemand die Konsequenzen zu tragen. Ja, aber, welchen positiven Effekt hatte es für AEW, das jetzt auszustrahlen? Was hat es aufgebaut? CM Punk steht im Fokus von AEW Dynamite, ist einer der Topstars bei WWE. Warum macht man das? Jetzt hat man im Zweifelsfall WWE und Drew McIntyre gegen CM Punk noch heißer gemacht. Die haben nämlich schon die Brawl-Out-Storyline besser aufgegriffen. Und die werden auch das hier besser aufgreifen. CM Punk gegen Drew McIntyre ist alles, was wahrscheinlich CM Punk gegen, weiß nicht, die Elite hätte werden können oder so. Aber WWE ist jetzt schon dabei, mehr Tickets und Quoten damit zu machen, mit Sachen, die bei AEW passiert sind. Und AEW springt auch noch drauf und macht CM Punk zum Fokuspunkt, obwohl der Typ gar nicht mehr da ist. Und das finde ich furchtbar. Und das dann noch zu versuchen, in diese Bugs-FTA-Geschichte reinzumachen, das geht mir nicht in den Kopf. Das hättest du machen können, als Punk noch bei AEW war. Aber so, jetzt, unter diesen Umständen, nein. Und bei all dem ... Das ist ja auch nicht das Einzige. Es kommt ja später noch was. Es kommt gleich noch was. Konzentriert euch doch auf euer Produkt. Ihr macht es doch eigentlich schon super. Und ihr habt doch die krassesten Wrestler, weißt du? Warum? Also auch wenn zum Beispiel jetzt die ganze Zeit von der anderen Seite, was ja passiert ist während der Mania, die ganze Zeit irgendwelche Sticheleien kommen. Einfach ignorieren. Success is the best revenge, weißt du? Ist doch egal. Ja, Taten sprechen lassen keine Worte. Ist eigentlich immer ganz gut. So, und wer kommt hier wieder einmal sehr schlecht weg? Es ist Tony Khan. Auf die Kritik nämlich von CM Punk, keinen Sinn für Business-Entscheidungen zu haben, reagiert Tony Khan mit einer lupenreinen, sinnfreien, nicht fürs AEW-Business produktiven Entscheidung, die eigentlich nur das Gegenteil bewirkt. Er reagiert mit einer schlechten Business-Entscheidung. Und damit wird dieses Footage ultimativ nur in die Karten von denen spielen, die AEW eh kritisch sehen. Und jeder kann sich mal wirklich versuchen, objektiv ohne Fanbrille zu fragen, was hat das gebracht? Was hat AEW das gebracht? Und außer, dass Tony Khan sich gestern mit dem Gefühl ins Bett legen konnte, wenn er überhaupt schläft, dass er irgendwie sich gerecht hat. Ja, Bucks gegen FTA wird nicht profitieren, AEW wird nicht profitieren, die Fans werden nicht profitieren. Selbst AEW-Ultras, ich weiß nicht alle, es gibt Leute, die das weiter verteidigen, aber auch AEW-Fans habe ich heute viele gesehen, viele, die gesagt haben, sorry, ich bin eigentlich echt Fan der Liga, aber das heute war einfach nur lächerlich und peinlich. Und was die versucht haben, aus diesem größten Skandal der Wrestling-Neuzeit zu machen, da war dieser Clip eigentlich sehr viel Schall und Rauch. Und nochmal, es geht nicht darum, dass wir schönreden wollen, dass jemand am Arbeitsplatz physisch angegangen wird, aber dass das nach letzter Woche der große Rückschlag sein sollte, das ist wirklich peinlich. Das hat AEWs Reputation in der Breite geschadet. Es gibt weiter einen kleinen Kern, der meint, das absolut richtig zu finden. Alright, fragt euch nochmal, was als Positives bewirkt. Und was halt das Bittere daran ist, CM Punk profitiert jetzt dank AEW von seinem Fehlverhalten. WWE sagt Dankeschön. CM Punk hat auf Instagram einfach nur Mission Accomplished gepostet. Wäre ich CM Punk, würde ich mir jetzt einen auf den Schenkel hauen und mit einem alkoholfreien Getränk meiner Wahl anstoßen und mich einfach nur freuen, dass die mir so auf den Leim gegangen sind. Und das ist... Ich hoffe ja, dass nächste Woche bei WWE Backstage kommt. Weißt du, wie er dann... WWE wird da mehr draus machen. WWE wird da mehr draus machen. AEW hat damit nichts Positives bewirkt. Gar nichts. Und ich sehe in diesem Fall 0,0 Spielraum, es auszulegen als AEW hat hier den richtigen Schritt gewählt. Im Leben nicht. Ja. Let's move on. Schreibt uns gerne eure Meinung. Wirst du nicht schaffen, aber wir schon. Ja. Gut, dass wir nicht mehr über WWE reden, dachte ich mir jetzt. Denn es gibt ein Videopaket zu Brian Dennison und Will Ospreay und Will Ospreay kommt heraus und fängt an mit... Ja, es gibt ja ein paar Gerüchte, dass ich nicht bereit für den Grime bin. Ich denke mir, nein, mach's einfach. Nein. Das kann jetzt nicht sein. Entschuldigung. Nee, ich sag's ja auch. Es ist ja schön, dass mich hier jemand versteht. Liebe Grüße an den Vierbeiner oder die Vierbeiner an. Aber ich dachte mir, das kann jetzt nicht sein, dass ihr jetzt weitermacht. Das kann jetzt nicht sein, dass Will Ospreay, der fucking beste Wrestler der Welt, sich getriggert fühlt von Triple H, der buttered ist, weil er ihn nicht unter Vertrag genommen hat. Aber nein, Will Ospreay erklärt, jede Woche fliege ich acht bis zehn Stunden vom UK in die USA. Ich liefere die besten Matches der Welt, Brough. Und der Kerl, der mich kritisiert hat, dass ich nicht genug grinde, ist auch nur in seiner Position, weil er auf der Tochter vom Chef gegrindet hat. Wo ich mir denke, können wir bitte... René hat ihren Kopf ganz weit nach unten gefreut. Können wir bitte weitermachen? Können wir bitte weitermachen? Ja, aber danach war eine geile Promo. Danach hat er schon geile Worte gehabt. Ab jetzt, wo es um Danielson geht. Ich bin ein Assassine mit einer Maschinenpistole. Ihr wollt mir nicht gegenüberstehen. Danielson, ich bin schneller, spring höher, weiter, bin besser als du. Du musst mich am Boden halten. Du weißt, das ist die Taktik. Aber das ist jetzt auch nichts Neues. Das haben schon viele versucht. Viele erfahrenere. Paarende, jüngere, versiertere Männer als du. Aber keiner hat es geschafft. Du bist aber Brian Danielson. Du bist eine lebende Legende. Bringt den Top-Over. Ich kann mich erst, nachdem ich dich im Ring gepinnt habe, als besten Wrestler der Welt bezeichnen. Erst dann, erst dann. Das ist AEW. We're the best wrestler. Und jetzt ist meine Zeit zu zeigen, warum ich das Ace von All Elite bin. 21. April Dynasty. Danielson, du wirst rausfinden, warum ich Will Osprey bin und warum ich auf einem anderen Level spiele. Alles an dem Teil. Super, dass diese Promo aber auch anfangen muss mit so Triple H. Jetzt hör aber mal zu. Fand ich unnötig. Wenn jemand einem das nicht beweisen muss, dass er ein Grinder ist, dann Will fucking Osprey. Und ich denke mir, in dieser Liga ist irgendwie jeder gefühlt dann nur mit seinem Kopf unterwegs und versucht sich gegen alles in der Welt zu rechtfertigen. Macht euer scheiß eigenes Ding. Move on. Überzeugt einfach mit fucking guten Shows. Kümmert euch drum, dass ihr die richtigen Leute erreicht, dass ihr mehr Leute in die Halle kriegt für euer Produkt, dass sich die Leute nicht umsonst vor 2000 Leuten irgendwie die Gesundheit aufs Spiel setzen. Move fucking on. Es hat mich richtig aufgeregt. Ich merke schon hier. Aber ich glaube auch, die haben zu viel, wie sagt man, kreative Freiheit. Weil ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass irgendeiner wusste, dass jetzt Will über Triple H da so reden wird. Ich glaube, also bei WWE würde sowas glaube ich nicht passieren. Du kannst da nicht einfach vor der Kamera gehen und sagen, ey hier, das würden die schön unterbinden. Ne, aber was ich cool fand, ich meine ganz ehrlich, wir als Fans sind doch die absoluten Gewinner. Jetzt kommen wir da runter. Ich bin so richtig aufgeregt. Wir als Fans sind die richtigen Gewinner, weil, guck mal, also so habe ich es empfunden, bei Mania haben wir richtig geile Matches. Es gab, ey, dieses Io gegen Bayley's Matches war so nice und wrestlerisch wirklich hochwertig. Und jetzt hat ja auch Will Ospreay gesagt, hier sind die besten Wrestler am Start. Und das stimmt, die haben so die krassen Wrestler unter Vertrag. Und jetzt wollen die irgendwie, weißt du, die sind halt Competition und irgendwie nehmen die das alles ein bisschen viel ernster, als sie es vielleicht sollten. und jetzt kommt eine richtig interessante Zeit auf uns zu, wo wirklich diese beiden Head-on-Head gehen wollen. Obwohl natürlich, muss man einfach so zugeben, WWE einfach weiter oben ist. Also da gibt es kein Head-to-Head, aber irgendwie sehen die sich auf der gleichen Ebene. Und deswegen können eigentlich nur wir Fans gewinnen. Und das ist doch geil. Geiles Wrestling. Was wollen wir denn mehr? Außer heute, wie gesagt, zu viele Interviews, zu viele Einspieler, zu viele Bullshit. Es gibt ein Videopaket von Julia Hart zu Will und Nightingale, das war gut produziert, mit ein bisschen Lächeln und Regenbogen sagt sie, wirst du gegen mich nicht gewinnen. Und dann, Ladies and Gentlemen, es ist Zeit für Hook. Endlich kann ich mehr ein bisschen runterkommen. Unseren allerechten. Nach wie vielen Stunden? Nach sieben Jahren CM Punk Interview kommt jetzt endlich mal wieder ein Match. Und zwar Hook und Chris Jericho mit Shibata an ihrer Seite. gegen Shane Taylor Promotions, bestehend aus Shane Taylor, Lee Moriarty und Anthony Ogogo. Und jetzt wissen wir auch, warum Shibata im Match stand. Denn kurz vor Ende trifft Shibata versehentlich Jericho. Hook will für den Hot-Tag gehen, aber Jericho zieht ihm vom Appel. Nee, mit dem tagst du nicht. Und Hook so, Alter, ey, wir verlieren gerade das Match. Was soll die Scheiße? Und in dem Moment, Shibata wird er im Ring gepinnt von Lee Moriarty nach dem Fang und wird, ja, gepinnt, verliert das Match. Und Hook geht dann in den Ring und sagt zu Jericho, Alter, hau einfach ab, du hast jetzt schon genug gemacht. Geh weg mit deiner Scheiße. Feiert nochmal irgendwie mit Shibata, versucht ihn zu encouragen und geht dann Backstage. Hook fand ich übrigens, das ist das einzig Positiv an dieser gesamten Storyline. Die Storyline selber, es ist jetzt schon wieder der Split von Hook und Jericho, whatever. Aber ich finde, Hook hat gerade mehr Sachen testen als einfach nur 30-sekündige Squash-Matches. Das finde ich positiv, denn hier kann er, finde ich, wirklich was lernen. Und jetzt hat er zum Beispiel mal wirklich diese expressionistische Rolle gehabt. Ey, ich muss mein Teammate believable anrotzen. Ich fand, das hat er gut gemacht. Geh ein wirklich ehrliches Feedback an der Stelle. Nee, alles cool. Also die sollen aber jetzt bloß noch nicht keinen Break-Up haben, weil ich habe mich gerade erst mit Leihung zusammen, weißt du, ich fände es schon cool, wenn die ein bisschen länger zusammen harmonieren würden. Aber ich muss hier nochmal was sagen, und zwar, ihr wisst ja, ich hasse Jobs und es die Betreibens, aber ich habe den Jobmaster heute gesehen. Also ganz ehrlich, nur er darf Jobs machen, weil das waren die Jobs der Hölle, oder? Wie hieß der Herr, der das gemacht hat, der diese kranken Jobs gemacht hat, die so laut waren? Äh, meinst du Shane Taylor? Nee, du meinst nicht Shane Taylor. Also es gibt Shane Taylor, Anthony Ogogo, Lee Moriarty, das waren die Heels in diese Menschen. Ich glaube Ogogo. War es Ogogo? Der Boxer? War es der Boxer? Ja, Alter, was hat der für Jobs drauf? Die haben geklatscht, die sind krasser wie Walter seine Jobs, glaub mir. Holla. Wirklich. Also er darf von jetzt an nur noch diese Jobs machen. Okay, also Freifahrtschein von Alpha Female hat er bekommen. Äh, ansonsten ja, Anthony Ogogo war es das erste Mal seit zig Monaten, Jahren wahrscheinlich. Ja, den hab ich noch nicht gesehen, also war mir neu. Und hey, Match ging 8 Minuten 23, fand ich ein bisschen kurz, aber das nächste Match wird noch kürzer. Mmh, Dustin Rhodes noch kurz Backstage bei Rene sagt, Samoa Joe heute im Main Event, ja, das wird stattfinden und, äh, ne, ändert das deine Strategie, Dustin? Und er sagt, nein, ich hab eh nichts zu verlieren, aber alles zu gewinnen. Und das ist mein Motto für heute Abend. Dann zurück in der Halle. Kazuchika Okada kommt raus, tolle Reaktion, es geht gegen Cristiano Argento. 90 Sekunden, Rainmaker 1, 2, 3. Okada nimmt sich das Mic, sagt, hey, Buck, I accept your challenge. I see you. It's the dynasty. Und dann ertönt die Musik vom Park. Crowd freut sich, Park steht auf der Stage und Tigert so von rechts nach links. Und dann rennt er in den Ring und die Bucks kommen nach draußen. Gehen in den Ring und die Crowd reagiert und das hat wirklich, das Segment hat keine Heat. Die Bucks kommen nach draußen. CM Punk, CM Punk. Die schlimmstmögliche Reaktion, dass die Fans bei AEW denken, ey, CM Punk ist der Coole. Das ist das Schlimmste, was dir jetzt passieren kann. Genau aus diesem Grund ist das ein Vollflop, ein nicht anders zu interpretierender Vollflop von AEW gewesen. Es kommt dann noch FTA heraus, es gibt einen Beatdown, EVP-Trigger gegen FTA, null Heat. Null Heat. Und ich will keinen, der mir jetzt sagt, damit haben sie das Pay-Per-View-Match besser aufgebaut. Dieses Pay-Per-View-Match wird starten, wahrscheinlich unter CM Punk-Chance. Und dann will ich nochmal hören von jemandem, wenn ich sage, haben sie gut aufgebaut damit das Match. Das hätten die nicht nötig gehabt. Die sind so gut. Die sind so gut im Ring. Und sie bauen ihre Story jetzt auf dem Rücken von CM Punk auf, weil Tony Khan diese Kritik von letzter Woche nicht stehen lassen wollte und damit genau das gemacht hat, für was er kritisiert worden ist. Ja. Schön. Toll, Jesse. Super. Machen wir weiter, würde ich sagen. Ja, hallo. Ich habe nichts damit zu tun. Ich hätte ihn abgeraten davon. Du hast eine weiße Weste wenigstens. Ja. Es geht weiter mit Jay White Backstage, der sagt, die World ist am buzzen für die Bang-Bang-Gang. Und bei Rampage wird er gegen einen Gegner antreten, den die Gans für ihn auswählen. Es wird Matt Seidel werden. Da freuen wir uns natürlich sehr. So, und jetzt, Jesse, endlich Alkohol. Charleston Championship Champagne Toast steht nämlich. Champagne Toast. Hey, guck mal. Guck mal. Ja, hier. Prost, Jesse. Da können wir auch jetzt mal einen Schluck nehmen an der Stelle. Ich will mal nur sagen, irgendwas habe ich mir aufgeschrieben. Hier, was haben die? Ach so, das kommt später. Dann muss ich später sagen. Alkohol ist schon mal dabei. Alkohol ist keine Lösung. Es ist ja der Ziel im Punk-Helten-Interview. Das kommt nach dem Match, was ich dann sage, aber denen ihre Strategie, was sie sich ausgesucht haben, ist sehr fragwürdig. Also, gucken wir mal. Leg mal los hier. René begrüßt Thunder Rosa und Tony Storm. Alle nehmen sich ein Gläschen. Weinschorle, Champagner, ich hier ein Spätburgunder. Jeder so, wie er halt will, ne? So, und nein, ist kein Alkohol. Und Tony Storm schüttet Thunder Rosa direkt ohne Vorworte die Schorle ins Gesicht. Rosa so, ah, ich sehe nichts mehr. Seltos, als wäre es Giftgas. Und dann wird dir so quasi das Facepaint rausgerieben, bis dann Deonna Parazzo rauskommt, so halbarschig den Save macht. Die Crowd reagiert null. Thunder Rosa schubst Deonna Parazzo weg und die so, was? Und geht total bitchig wieder weg. Ja, und sagt, fuck you. Also, es hat so gar keinen Sinn gegeben. So, und Deonna geht beleidigt Backstage. Hatte null Impact, leider null. Ja, null. So, und dann kommt Mariah May raus als Tony Storm. Timeless Tony ist übrigens nach drei Zügen sechs Sternen Haagel dicht und muss von Luther rausgetragen werden, wenn Mariah May im Ring nun auf NRJ trifft. Heat-Phase von Mariah May. Crowd war nicht so einfach zu bekommen an dieser Stelle. Seit dem Punk-Interview habe ich das Gefühl, war hier erstmal ein bisschen die Luft raus. Es gibt die Hippotech verpasst von Mariah May. NRJ mit einem Comeback. Ich weiß auch gar nicht, was NRJ gerade ist vom Gimmick und Fraktion und was die überhaupt so macht im Leben. Missile Dropkick, Hippotech, Sunset-Pin-Contour von Mariah May zum 1-2-3-Sieg. Right in the middle of the ring gibt es den Sieg für Mariah May. Sie haben 8 Minuten 51 Sekunden bekommen. Immerhin. Match war in deinen Augen gut, sehr gut, solide, schlecht. Gar nicht schlecht. Sorry. Lauter Mini-Fehler waren dann drin. Also auch zum Beispiel beim Whippen-Reversal tanzt sie da so. War sehr merkwürdig. Dann aufs Seil abgerutscht. Also ein bisschen merkwürdig und überhaupt nicht flüssig. Dann war eine winzig kleine Ungereimtheit. Aber ich habe mir gedacht, was wollen die? Also sie haben erst mal unnötig viele Jobs auch gemacht. Dieses Jobs so, wo ich denke mir, warum machen sie das? Also was wollen sie denn wen beweisen damit? Wollen sie damit zeigen, oh, AEW-Mädels sind härter wie die anderen? Weißt du, die anderen, weil es ja immer so wichtig ist, sich zu vergleichen. Also es ist total unnötig und dann sind sie ja draußen irgendwie so rum gewesen und dann Mariah May geht wieder rein, aber Anna sagt dann irgendwie, komm raus, komm raus. So weißt du, so wie, komm raus. Also die Zuhörer, die mich jetzt nicht sehen, also ich habe meine Augen verdreht, die so, komm raus. Und dann kommt Mariah May wieder raus, aber es passiert nicht wirklich was. Waren dann irgendwie noch so zwei Jobs und dann noch ein kleiner Reversal, aber halt nichts Weltbewegendes, wo man sagen müsste, okay, einer von beiden hat jetzt irgendwas gepasst. Anyway, die gehen wieder rein und ja, und Finisher hast du ja noch nicht erzählt, also schon, aber was danach kam, auf jeden Fall Alkohol, also halbnackte Frauen und Lesben-Action. Also ist das dein Weg, Zuschauer zu generieren? Was war da los? Du hast Skandal, du hast Alkohol und dann hast du halt diesen Kuss. Also I don't know, was war der Gameplan hier? Hört euch übrigens zu diesem Zeitpunkt, wenn ihr wissen wollt, wie ich mich gefühlt habe, hört euch das Commentary von Tess an, der wirklich überhaupt nicht rafft, was hier abgeht, denn clean in the middle of the ring. Anna Jay ist sauer, sie nimmt Mariah May in den Queenslayer und das führt zum Auftritt und dem Save von Stardoms Mina Shirakawa, die Mariah May beschützt. Die Halle kannte sie leider nicht, denn sie kommt raus und wirklich null. Keiner wusste es. Aber ist ja klar, weil ich meine, so viele Leute gucken einfach nicht Stardom. Ist ja auch ganz frisch. Da sind jetzt ein paar Stardom-Frauen, sind jetzt zwar bei Ring of Honor angetreten, seitdem Rossi Ogawa nicht mehr da ist, der übrigens jetzt bei NXT am Ring saß, auch kein Zufall mit Julia, seitdem Stardom da in neuen Händen ist, öffnet man sich gegenüber AEW. Würde mich auch nicht wundern, wenn die bei Forbidden Dormit am Start sind. So, und dann kommt Mina ja raus und Mariah May, die ist total so, oh, du hast mich gerettet und sie füttert Mariah May, wirklich, so wirklich, so wirklich, so füllt sie ab mit dem Alkohol, guckt sie ganz verknuselt an und dann gucken sie sich an und sie gibt ihren dicken Schmatzer auf die Lippen. Also, Homoerotik, Alkohol und ein nicht ganz so pralles Damenmatch voraus, ein Schell, wer böses dabei denkt. Ich glaube, die haben das sehr gut gemeint mit dem Segment, aber es waren irgendwie alle, glaube ich, zu unerfahren, um das wirklich gut durchzuziehen. Das könnte gut möglich sein, ja. Und da, finde ich, ist so ein anspruchsvoller Engel nicht der richtige Weg. Wer sich jetzt fragt, was ist das hier gewesen? Und das haben sich sehr viele Fans, glaube ich, gefragt. Beide Wrestlerinnen, also Mina und Mariah May, die waren Teil des Club Venus bei Stardom, eine Gruppe mit den beiden und Sia Brookside. Darüber hinaus, May und Shea Kava wurden als Rose Gold bezeichnet und haben gemeinsam zum Beispiel auch die Goddess of Stardom Championship gewonnen, das als kleine Erklärung. Aber funktioniert hat das leider nicht, ne? Ja, was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, aber das ist halt so mein Ding, so was ich hasse, aber ich glaube, das kannst du auf fast alle Matches umändern, aber ich habe es halt hier bei diesem Match besonders gesehen. Ich hasse das, wenn der Gegner auf dem Boden liegt, weil er vielleicht gerade hingeworfen worden ist oder gerade gepinnt worden ist und dann hochgehoben wird, um den nächsten Move zu machen. Weil was ist denn das Ziel von Wrestling? Du willst deinen Gegner pinnen und das schaffst du ja nochmal auf dem Boden. Also da, das muss man einfach organischer machen. Das heißt, wenn du zum nächsten Move willst, dann lass doch den hochfieben oder so, aber weißt du, streng dich nicht an, zieh nicht hoch, weil das ist einfach nicht natürlich, weil dann pinn ihn doch, wenn er eh schon auf dem Boden ist. Du willst doch das Match gewinnen. Also das nimmt dann immer so, Wrestling ist abgesprochen, Fake und alles, wir wissen es ja, blablabla, aber gib mir trotzdem, bemühe dich zumindest, dass es aussieht, als wäre es echt. Ja, das sage ich auch Mercedes Monet und dem nächsten Segment mit Alex, mit Alex Mavis. Es gibt wieder diese Camera Zooms, ich breche gleich, die sind wirklich so, also das war die ganze Zeit so, immer wenn sie geredet hat, ging es auf einmal richtig nah ran und dann einmal wieder raus und dann hat sie wieder geredet und dann ging es wieder richtig nah ran. Freunde, das war, das war ein kompletter, kompletter Murgs an der Stelle, muss ich einfach mal so sagen, leider. Und, naja, dort steht sie also, da sitzt, bei Double or Nothing werde ich Geschichte schreiben und in der Promo, sie redet wirklich wie so ein gekünstelter Roboter. Wow, und ich freue mich so sehr auf Julia gegen Willow. Willow, Willow ist ein toller Champion, so mysteriös. Sie ist unvorhersehbar, das heißt, man kann nicht vorhersehen, was sie macht. Und Willow, mit ihr muss man rechnen. Glaubt mir, sie ist gefährlich. Und Alex Morris dann, ja, warum denn eigentlich? Nun, vor einem Jahr bei New Japan, New Japan Strong Women's Championship, da hatte ich ein Match und ich habe nicht nur verloren, ich habe nicht nur verloren, Jessie, ich habe mich auch verletzt, ich habe mich auch verletzt und, ja, das hat mich wirklich innerlich auch gebrochen. Aber jetzt als CEO von AEW habe ich immer einen Plan. And I can't wait for double or nothing. Und mal weißt du, willst du lieber gegen Julia oder Willow antreten? Hm. 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 Und dann geht einmal kurz hier, äh, zack, geht das Licht aus. Oh, wer ist das jetzt? Und dann, äh, haue, haue, haue. Und dann kommt Mercedes-Money wieder und liegt am Boden. Du machst aber schön. Ja, ich gebe mir wirklich heute Mühe. Ähm, ja, und dann war das Segment vorbei und ich dachte mir, Jesus fucking Christ. Da musst du noch eine Sache nachmachen. Äh, Moni ist, äh, hurt, she's hurt, she needs help. So richtig, so schlecht. Ich meine jetzt, komm jetzt mal, die Frau ist, glaube ich, die teuerste Frau, die Adam Ross da hat. Und wenn jemand sie verprügelt, dann, dann, glaube ich, ist da ein bisschen mehr Action, weißt du, dann schreien mehr Leute und nicht nur so halb, so im Hintergrund, so, hey, sie ist verletzt, hilf dir mal so. Nein, Mann, meinen teuersten Spieler, den bewache ich sogar mit einem Security Guard. Ich schieße mich auf jeden Fall nach der Review gleich ab, habe ich beschlossen. Ähm, und ja, das Segment war wirklich, muss ich sagen, also, wow, Mercedes-Money ist so, also, ich weiß, man setzt sie wirklich so ein, dass ihre Stärken überhaupt nicht zum Vorschein kommen. Und das ist überhaupt nicht clever. Das müssen sie aufhören, ja, sie musste endlich kämpfen. Und das soll jetzt bis Double or Nothing im Mai gehen. Ende Mai. Das soll jetzt noch anderthalb Monate so gehen. Okay. Ich muss ganz kurz weg, mein Hund macht irgendwas, ich muss sie kurz holen. Bitte, Jessie, Es hört sich an, ob sie im Müll rumkramt. Um Himmels Willen. Jessie, bitte, kümmer dich um den Hund, das hatten wir noch nie. Also, es ist quasi eine kleine Hundepause hier bei AW Dynamite. Schreibt uns das gerne in die Kommentare, wie steht ihr zu dem Segment von Mercedes-Monnaie? Fandet ihr das auch zugekünstelt? Oder sagt ihr, ey, das hat sie richtig gemacht, man bereitet da vielleicht ein Heel-Turn vor. Dürft ihr sehr gern reinhauen. Wir kommen, Ladies and Gentlemen, zum Main Event of the Evening. Eine Woche nach dem Contract-Signing. Guck mal, eine Woche nach dem Contract-Signing. Jessie hat sich Verstärkung geholt. Ist das nicht fantastisch? Guck mal, da freuen wir uns. Also, wir sind jetzt zu dritt in dieser Review und damit schon mal eine Person mehr als Männer in diesem Main Event hier angetreten sind, denn es findet jetzt das Match statt von Samoa, Joe und Dustin Rose. Und diese beiden wussten tatsächlich genau, was für ein Match sie auf die Beine stellen müssen. Ich fand diesen Main Event nicht schlecht. Vor allem, wenn wir ihn jetzt mal in einer Blase sehen, jetzt ohne die ganze Rhodes-Geschichte und WrestleMania nachmachen und so weiter, fand ich, war das ein guter Main Event insgesamt. Wir sehen nochmal die Attacke auch von Suha vom Start der Show. Dustin geht erst mit Momentum ins Match, aber nach wenigen Minuten sofort hat er eine Wunde, sofort blutet er und er ist der Underdog Dustin. Seine Leidensgeschichte. Joe hat volle Kontrolle, aber Dustin kämpft sich zurück mit einem Powerslam, aber er hat nicht mehr die Pin-Kraft und muss sich deswegen vom Publikum wieder hochrichten lassen. Es gibt den Code Red, eins, zwei, aber das reicht nicht. Dustin greift dann zum World Title, will zuschlagen, aber Rez sagt, nein, 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 das darfst du nicht. Dann die Q, Auswechslung droht quasi und Dustin legt den Titel weg, tritt Joe einmal und nimmt den Crossroads, eins, zwei, Kick-out. Das Publikum war so investiert, ich hatte das Gefühl, die hätten sogar den Sieg genommen an der Stelle. Samoa Joe greift dann seinerseits zur Stahlkette, die er mit zum Ring gebracht hat und der Referee sagt, nein, 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 die Q, Auswechslung droht und dann legt er die weg, sagt Referee, ja, dann bring die mal weg und Samoa Joe geht in der Zeit in die andere Ecke, holt sich den World Title, klonk, und zimmert den Titel Dustin Rhodes über eins, zwei, drei, Dustin Rhodes verliert. Jeder zweite AEW-Wrestler wäre hier übrigens rausgekickt von Trent bis Orange Cassidy und so weiter, aber kritisieren wir ja auch oft, deswegen war das in Ordnung. Match geht keine zehn Minuten tatsächlich, bis auf den Opener, alle Matches unter zehn Minuten, also es war wirklich eine für AEW untypisch Wrestling, unausgelastete Ausgabe, so möchte ich es mal sagen. Und nach dem Match sofort wieder die Attacke von Swerve, wir beenden die Show, so wie wir sie angefangen haben und ja, Samoa Joe wird vermöbelt, Swerve posiert mit dem World Title und damit Jessie geht. AEW Dynamite auf der, wie hat dir oder wie hat euch der Main Event gefallen? Äh, ich fand dem, ja, also ich bin nicht so ein großer Fan von diesen ganzen Blutzeugs und die haben ja wirklich sehr drauf gehalten mit der Kamera, auch wirklich, wie konstantiv die Wunde ist. Nicht so mein Fall so, aber ich meine, gute Action, gutes Storytelling, also ja, haben sie gut gemacht. Und auch, ich glaube, die Story von wegen Samoa Joe trifft nicht oft auf Gegner, die erfahrener sind als er, das hat man, finde ich, auch gut gemacht. Ich möchte immer noch mal dafür votieren, ich finde, Dustin Rhodes verdient so einen Ric Flair Abgang. So wie Ric Flair gesagt hat damals, bis ich ein Match verliere, werde ich, werde ich jetzt noch antreten. Ich möchte, dass Dustin Rhodes von mir aus die TNT Championship gewinnt, whatever, und sagt, sobald ich diesen Titel verliere, ist meine Karriere vorbei. Das ist den Stand-off, den dieser Typ verdient hat, der ist immer noch wirklich richtig, richtig stark in dem, was er tut. Für das, was es sein sollte, war das als Main Event Match schon so weit in Ordnung, würde ich sagen. Naja, aber ich weiß auch nicht, mit diesen ganzen, also wir haben jetzt ein paar ältere Männer heute im Ring gesehen, ich weiß nicht, ob das so, ob man das noch braucht so. Klar, die wollen auch noch ihr Geld verdienen, aber kann man es nicht auf eine andere Art und Weise machen. Wir haben so viele junge Talente, wir haben so viele coole, krasse Talente, also ich würde mir wünschen, dass die mehr geshowcased werden. Ja, es ist immer der Mix, glaube ich, die White liegt immer irgendwo dazwischen. Also jemand wie Copeland, den sehe ich auch gerne, aber wir alle wissen, den werden wir nicht mehr so lange sehen. Dementsprechend und auch in Dustin. Ein paar Veteranen im Roster finde ich schon gut, aber natürlich sollte es nicht so sein, dass die, wie letzte Woche, Billy Gunn mit Jay White, dass die deine, ja, up and coming Stars irgendwie vermopsen. Das sollte natürlich nicht der Fall sein, aber es ist ja nicht der Fall gewesen, sonst im Moment, Joe geht over. Fede ist weiter mit Stuart Strickland im Fokus, auch wenn ich dabei bleibe. Hier ist im Endeffekt jetzt alles erzählt, ich bin jetzt bereit fürs Pay-Per-View-Match und ja, aber eine Woche müssen wir noch überstehen. Jessie, das war AEW Dynamite, eine Show, die dir nicht gefallen hat, wie ich schon gehört habe. Lass uns ins Fazit gehen. Null, nee, hat mir gar nicht gefallen, sorry. Viel zu viele Video-Packages, viel zu viele Interviews, viel zu viele Storyline-Gemisch, total unnötig, das Backstage-Video geleakt, also haben nicht ihre Stärke gezeigt und die haben, AEW hat Stärken und die hat die krasse Star-Power und die hätten sie einfach heute wieder auspacken sollen und dann wäre alles cool gewesen, aber so war wirklich ein Eigentor. Eine Ausgabe völlig überstrahlt, natürlich vom All-In-Footage, ein Eigentor sondergleichen und den Ball direkt noch dreimal gegen Pfosten geballert, in die eigene Fresse gezimmert und nochmal oben in den Winkel rein. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, also was soll ich sagen, sonst war eine gute Osprey-Promo dabei, zumindest der zweite Teil, ein guter Opener, ein anständiger Main-Event und zwischendurch, ja, was, was da, also eher schlecht als recht zwischendurch, muss man dann schon leider auch sagen. Ja, nicht ganz so viele Lichtblicke diese Woche, also auch ich würde sagen, so seit diesen fünf, sechs Wochen, seitdem jetzt auch ein neues Stage und so weiter und so fort, war das tatsächlich mit Abstand die schlechteste Show. Schreibt uns gerne, wenn ihr das anders seht, wenn ihr sagt, ey, ich glaube, ihr habt doch super abgeliefert, dann bitte, aber ich denke, das waren heute zu viele, Cheap Shots außerhalb der eigenen Liga, zu wenig positives Momentum, zu wenig Fokus aufs eigene Produkt, das möchte ich von AEW in den nächsten Wochen wiedersehen und ich sage mal so, wenn dieser Pay-Per-View am 21. März nicht abreißen sollte, dann, weiß ich nicht, kann man schon sagen, dass das irgendwie doch ein Downer werden könnte, so diese kleine Phase jetzt, ich hoffe aber, dass man nach dieser turbulenten Woche das Ganze irgendwie abhakt, wie auch immer, ich glaube aber tatsächlich, es wird noch irgendwie weitergehen, in irgendeiner Art und Weise, gucken wir mal und dann, ja, müssen wir beim Pay-Per-View mal sehen, ob es dann endlich den Abschluss gibt. Mein Abschluss mit Hook und der Storyline bei uns gab es ja, die war definitiv nicht so schlimm, wie das, was AEW gemacht hat und ich freue mich jetzt, wenn diese Review dann, ja, gefinisht ist, Jazzy, dir vielen, vielen, vielen lieben Dank fürs Dabeisein, wir freuen uns lieber aufs Community-Treffen, spotfet.de slash Berlin, wenn ihr Bock habt, kommt doch einfach mit vorbei und ja, ansonsten würde ich sagen, ihr beide, schickt uns jetzt mal aus der Review raus, ich verabschiede mich natürlich wie immer mit GW, genießt Wrestling, Jazzy und du darfst die Abmoderation übernehmen, freue mich auf eure Kommentare, bitte konstruktiv bleiben, nicht schubsen, nicht boxen und dann gerne einen Daumen nach oben dalassen oder nach unten, wenn ihr gar keinen Bock auf uns habt, ist auch okay, aber bewertet das Video, ich bin raus, Jazzy, tschüss, und da kommt auch, was er schon sagte, zu meinen Schlussworten und zwar habe ich ein kleines Anliegen und das ist super wichtig und zwar Leute, bitte alle, die jetzt hier zuhören, seid einmal so lieb und teilt irgendwas, entweder euren Lieblingswrestler, am liebsten natürlich hier euren Spotfight-Podcast, teilt irgendwas und zeigt uns, dass ihr da seid, weil wir müssen das sehen, ihr müsst wirklich Gas geben, ein anderer Kommentator hat auf Twitter gefragt, was muss man tun, damit Wrestling in Deutschland nach oben kommt, ganz oft war halt auch Marketing unter anderem die Antwort, aber das Budget ist einfach nicht da, wir haben nicht so viel Geld, dass wir so eine große Kampagne wie die WWE teilen können, deswegen jeder einzelne von euch ist gefragt, macht mir mal bitte diese Woche den Gefallen, wenn ihr das hier gehört habt, macht euer Handy aus, also nicht aus, sondern hier den Podcast aus, geht auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook, was immer eure Lieblingsplattform ist, und bitte teilt das Logo von Spotfight oder ein Gesicht von mir oder von Tobi oder von Hook, whatever und taggt uns da rein, damit wir sehen, dass es euch gibt und damit wir hier mal ein bisschen Gas geben, okay, wir brauchen euch, damit Wrestling nach ganz weit oben kommt, ich liebe euch, danke, dass ihr zugehört habt, die Lu, ich und der Tobi, wir sagen Tschüss und bis nächstes Mal. Jo. Untertitelung des ZDF, 2020